Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Dinge, Freund. Hallöchen. Wir haben verloren. Das ist der Elflichter. Was, was, was? Der Elflichter Nitro. Ich weiß nicht, wer das ist. City ist down, nice. Ich gehe direkt planten. Macht ihr den? Ich plante. Nitro ist down, nice. Ah, Banana. Okay, lass ihn einfach kommen. Lass ihn einfach kommen. Ich bin hinter ihm. Oh, no. Wo habe ich... Ah, ich habe direkt da rechts gelegt, ne? Da war der Glucki. Erst mal schön kalkuliert. Er neift den legendären Nitro. Herr lol, wer ist das? Ich kenne den nicht. Ich kenne den auch nicht. Sehr, sehr hart. Wenn er das wirklich ist, dann müsst ihr ordentlich schwitzen. Und der Wabbeler so, ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Lass direkt versuchen, hier auf A zu gehen. Bot ist noch. Ihr könnt den Bot noch nehmen. Ja. Wow. Oh Gott, er kommt durch. Defused. Nice. Er war direkt hinter dir. Mit second, mit einer. Hinter uns. Sorry, war zu slow. Mitte 2. Ich brauche Hilfe. Da ist noch einer. Ich bände direkt. Der könnte Apartment sein. Könntest du ganz kurz gucken? Easy. Hinter dir? Oh. Minus 20? Hast du ihn gehört? Ne. Er kommt short, er kommt short. Ne, lang. Durch. Merkt euch übrigens kurz diesen Stand. Ich bin über den, was sind so Globals? Merkt euch es kurz, bevor es später schlecht wird. Ich gehe Apartments durch und dann auf A. Oh, hier ist Smoke, hier ist Smoke. Lass kurz warten. Wir gehen hier direkt wieder. Oh Gott, einer ist Pit. Down. Hinter uns hinter dir. Hinter dir. Fuck. Ich brauche Hilfe. Oh Gott. Nächste rum. Da ist mir einer los. Achtertum. Nein! Oh, Gott. Ultra an die Hose geschissen, ey. Oh Gott, Leute. Leute, bitte merkt euch diese Zeit. Jemals, wenn ihr irgendein schlechtes Video von mir seht, sagt immer, oh mein Gott. Dumm, aber du bist aber nie schlecht, weil du bist bei den Globals immer saugut. Ist down. Nice. Lass wieder voll auf A gehen, das schaffen wir. Pit habe ich auch nochmal gemolligt. Kannst du Pit gucken? Pit ist klar, alles klar. Ich lege wieder für short, ne? Ich gehe dann hoch in ein Apartment. Bitte zog, aber das ist natürlich zum Ende. Na gut, ich muss auch langsam mal, ne? Ja, finde ich es nett. Mach ich nur für euch. Cool, cool, cool. Lass langsam machen, lass langsam machen. Ich bin hinter denen. Scheiße. Ja, geht. Oh Gott. What the fuck? Alter. Er hat meinen Arm gestreichelt. Ich habe keine Ahnung, wir haben uns beide nicht bemerkt. Also er mich zum Glück überhaupt nicht. Ja, Jan hat Rank Changer drin. Ja, ich habe meinen Rank Changer drin. Ich will den Global eigentlich immer verstecken, sonst wollen alle so, ah, Global, mit dem spielen wir lieber nicht und so. Lass uns auf short gehen. Mach mal easy. Komm, wir sind zu viert gegen zwei. Kommt mal bitte ran. Sieht gut aus. Ich plan für short. Kaviert mich bitte hardcore-mäßig. Nice. Ich glaube, auch wenn das ein Lose wird, könnte ich hier abranken, wenn ich hier noch ordentlich Punkts mache. Äh, Punkts. Wenn ich hier Punkts mache, kann ich noch ordentlich abranken. Ja, ja. Ganz viele Punkts. Oh, der Bot hat die Bombe. What the fuck? Let's go B. Fast. Incoming. 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 Sieht gut aus. Nein, 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 nein. Nimm den Bot. Oh, no. Ich geh auf B, glaube ich. Schön, ich komm mit. Ich komm mit. Oh, da ist schon einer. Da ist schon einer. Direkt hat mich voll gesehen. Der Sack. Fuck. Er ist low. Nice. Komm, Hippie, das machst du. Hippie, mach das. Hippie, mach das. Mit der Red Ass Tor. Da, 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 da. Nice. Er ist, äh, von einer runter. Okay. Oh, nein. Er drückt mich weg. Er ist low HP. Einer ist low HP bei mir. Einer pro Monat, nicht mehr pro Jahr. Und, ähm, nice. Nice. Richtig easy. Krass, Mann, wir holen gerade voll die Runden. Vielleicht schaffen wir es wieder auf A Short zu legen. Ich molle die kurz runter in den Pit. Oh, das Pit ist eh klar, ne? Nice. Richtig nice, Leute. Krass, Mann, wie es abgeht. What the f***? Was gibst du ihm denn so? Was, was, was gebe ich wem denn so? Hilfe. Was ist los? Felser, nicht Pflanzer. Du musst, achso, was ich ihm gebe. Ich gebe ihm grundsätzlich Hühnerfutter. Ich würde gerne auf B gehen. Ich gebe B. Könnte B werden. Kommt ordentlich, was? Zwei hier bei uns. Sobald ihr bei City seid, gehe ich durch Church auf B drauf. Habt ihr alles durch, habt ihr alles geguckt? Nicht, dass die ja irgendwer an euch vorbeigehen oder auf A gehen. Hier ist nichts mehr. Vor B ist nichts mehr. Bombe ist aber hier, Bombe ist hier bei uns. Oder ich gehe mit Blau zurück. Grün bleibst du hier? Ich gehe schon nach uns. Einer ist Graveyard direkt. Graveyard. Oh, shit. Graveyard. Er hat dreißig gefressen. Er geht jetzt Pit. Nice. Easy, Leute. Easy. Nice. Da ist er noch vor dir. Vor dir. Vor dir. Nice. Oh mein Gott. Greg direkt vor dir war er an dem Holz und ich rufe. Da ist er. Und ich war nicht im Call-Modus drin. Ich habe einfach nur hier den Bildschirm angeschrieben. Da ist er. Na ja, direkt los. Ich schiebe mal rüber, Purple, okay? Ja. Ready. Ah, fuck. Ich gehe schnell mal in die Smog rein. Ah! Bommelhaut. Schön, ja. Er pickt jetzt gerade die Bombe. Er geht blenden. Er hat mich gehört. Shit, Mann. Ich flash raus. Und zwar, äh. Brüder. Es geht ganz schön ab, meine Herren. Ihr könnt gut und gerne mal sowas schreiben wie, oh, manchmal bist du gar nicht so ein vertrottelter Noob. Oder so. Und du bist manchmal auch schön. Dankeschön. Jan ist einfach zu krass. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Habt ihr das Spiel heute gesehen? Wie scheiße ich da war? Oder gestern oder was das kam? Ich hab heute gespielt wie ein Furz. Wie ein Furz mit einer Waffe in der Hand. Okay, ich gehe. Nice. Da ist jemand bald im Overwatch. Oh, manchmal bist du gar nicht so ein vertrottelter Noob und hübsch bist du auch noch. Dankeschön. Oh, manchmal bist du wunderschön und manchmal will ich ein Kind von dir. Manchmal so, manchmal so. Ich weiß. Ich weiß. Das Kind ist auf jeden Fall in der Mache. Ich molle ihn mal deep. Okay, mittel deep. Dann war ich wirklich deep. Das sollte erstmal reichen zum Abschrecken, ne? Nice. Alter, wack. Ich riech dir ein wack. Ich hab Schiss. Das ist so einer, der... Ich hasse es, wenn du mich Adrianus nennst. Okay, sorry. Adrian. Ich nenne dich so nicht mehr. Aber findest du nicht, dass das irgendwie auch cool klingt? So wie so ein... Als hättest du vier Brillen auf einmal auf. Und wärst Professor für... Weiß ich nicht. Anthropologie oder so. Mach dir auch mal langsam. Ich glaube, die wollen jetzt aushungern. Wir bleiben einfach so defensiv wie nur möglich. Und lassen sie zerschellen an unserer Defense. Leute, das ist... Dankeschön. Adrianus. Adrianus. Molly ist auf jeden Fall raus. Nice. Ich flash mal kurz hin, dass die nicht... Achtung, flash ist raus. Läuft. Ich geh City. Ich geh... Ja, Bombe down. Alter, was passiert hier? Was passiert hier? What the fuck? Chill. Lass sie ruhig kommen, Purple. Oh fuck. Zwei. Fuck. Der hat 26 gefressen. Hey, die Hamster haben Zuwachs bekommen. Charles. Charles, ich möchte dir stolz verkünden, dass ich gerade in einem... In so einem Spiel der erste Penis bin. Das erfüllt mich mit Stolz. Und auch erwähnt mich mit wagemutiger, unzügeliger... Warte auf mich. Warte auf mich. Sachen. Nice. Richtig edel. Jan hat es nicht mal gelesen. Sebold. Doch. Du hast gesagt... Kann man so machen. Vielen Dank fürs Spiel, meine Herren. Das war höchst edel. Als Carry stehe ich gerne öfter zu... Du hast eigentlich so viele Punkte, Alter. Hippie wollte gerade sagen, wieso hast du eigentlich so viele Punkte? Du hast doch auch so viele Kills gemacht. Hippie, du hast das ja praktisch selbst beantwortet.